hallo und willkommen bevor ich mich zu dem video von alba tool äußere muss ich vorher etwas klarstellen weil einige zarte gemüter bei den muslimen die haben keine argumente sondern pochen nur auf zensur und haben auch nur das worauf sie zurückgreifen können nein ich hasse niemanden und es gibt ja auch keine hassrede und ich fordere auch niemanden auf jemanden zu hassen ich hätte also auch nicht ich lehne gewalt ab und stacheln niemanden auf gewalt auszuüben ja ich analysiere und stimme zu oder kritisiere oder bleibe neutral ohne andere zu belästigen oder zu mobben bei mir gibt es keine gewaltverherrlichenden schädlichen oder gefährliche inhalte nur fakten und persönliche meinungs äußerungen die ich auch belege und das sollte eigentlich reichen warum da jetzt einige muslime trotzdem sagen der hasre dessen islamophobe der muss unbedingt kinder befasst euch mit den inhalten guckt nach was da falsch ist sagt mir das mache ich aber so ist es doch blödsinn also was ich hier mache ist ich befasse mich mal mit dem kanal alba pool einem der vielen dava kanäle in deutschland und hier wird die übliche islam verkaufstaktik angewandt und durch unbedarfte und unehrliche apologeten der übliche blödsinn über den islam verbreitet da ist nix anders die inhalte die normalerweise hier verkauft werden habe ich ja bereits in hunderten von videos und monografien dargestellt der betreiber und moderator bei alba tool ist ein sehr ruhiger sehr netter mann der sich hier resignend leider tritt er nicht in erscheinung wenn es heftig wird und nur noch falsch aussagen und persönliche beleidigungen rausgebrüllt werden naja es sind leider zu viele die ständig reinquatschen und teilweise einfach nur kopfschütteln verursachen der hauptredner ein schir hamza wie er sich nennt tritt auf als sei er belesen und weise hat aber sobald man etwas tiefer bohrt eigentlich wenig ahnung von dem was er sagt also da war ich überrascht immer wieder musste ich ihm erst zeigen wo etwas im koran steht und wie man das anwendet und was das eigentlich bedeutet er ist sehr oberflächlich und merkt sich eher den titel eines buches als dessen inhalts aber dabei ist er aber noch arrogant und besserwisserisch ich dachte ich bin das aber er kann besser aber es ist halt schade dass er sich selber gerne reden hört aber wenig sinnvolles dabei sagt er behauptet er hätte alt arabisch studiert weiß aber nicht mal wann ein wort im koran ein verb ist also der dann den krüger effekt lässt grüßen hier sie kamen zu dem schluss dass menschen mit geringen fähigkeiten bei einer aufgabe paradoxerweise dazu neigen sich selbst zu überschätzen diese kognitive verzerrung ist als dann den krüger effekt bekannt am ende stimmen die meisten dem einfallspinsel zu weil er so selbstsicher ist und glaubt recht zu haben die leute neigen dazu dieser selbstsicherheit zu vertrauen wo er völlig versagt ist im wissenschaftlichen bereich wo ihm selbst einfachste grundlagen völlig fremd sind aber naja in meinen augen das schlimmste ist was er ständig und andauernd macht ist dieses spalten der muslime als ob das nicht schon stumm genug wäre er hämmert ständig darauf rum dass schiiten recht haben und dass alle anderen muslime falsch liegen anstatt dem islam als ganzem zu helfen beschleunigt er noch den untergang der hier an sich schon dramatisch genug ist und er tut so als ob es irgendwie nur zwei echte muslime gibt ihn und wo haben jetzt so mit diesem hintergrundwissen versehen gehe ich mal ein paar punkte in so einem live stream von alba tool durch weil sie trotz abmachung sicher nicht bei uns blicken lassen und nur bei sich klicks abstauben wollen und wortbrüchig werden und es nicht so aussieht als ob es was anderes ist als egal die machen es einfach nicht die bleiben bei sich in ihrer blase und dieser stream her der der hieß mythen and love die authentizität des korans im wissenschaftlichen check nein ich lache nicht nein ich lache nicht es ist ein sechs stunden stream weshalb ich nur ein paar punkte rausgreifen werde und der stream ist auch deshalb so langweil weil hamza der als hauptsprecher aufzutreten scheint hier im gebrochenen arabisch alles vorträgt so so wie einen einen zauber spruch und dann alles noch mal in gebrochenem deutsch zu sagen was er da rein interpretiert es geht zum einen monolog über den koran und dann anschließend das sind dann fast über vier stunden lang über figuren die in irgendwelchen geschichten von vor über tausend jahren irgendwo erwähnt werden als wenn erwachsene sich heute über die farbe des kleides von aschputtel streiten würden also ich verstehe auch nicht wie er irgendwie da wissenschaftlich reinbringen will wo er mit wissenschaft wirklich nichts am gut hat er versteht es doch gar nicht naja gut nach langem gemurmel und da ist ja schon wieder genau das gegenteil das basiert auf antikem aberglauben aber dann geht es schließlich los mit falschaussagen den heiligen koran das einzig wahre buch auf dieser erde das einzig vollständige buch auf dieser erde wie kann ein relativ ungebildeter mensch der nicht alles weiß und nicht alle bücher kennt genau wie ich wie kann so ein mensch behaupten 1000 jahre altes buch genannt koran sei das einzig wahre buch wo es doch extrem schlecht geschrieben ist teils völlig unverständlich ist und vollsteckt mit ungereimtheiten inkonsistenzen widersprüchen und fehlern wie geht das bitteschön das kann man doch nicht so behaupten jetzt ist es ja auch nicht so dass er davon keine kenntnis hätte von diesen ganzen ungereimtheiten inkonsistenzen widersprüchen und fehlern ihm sind ja gleich mehrere fehler gezeigt worden ein logischer ein biologischer und ein mathematischer wie nennt man einen menschen der bewusst etwas behauptet mit dem wissen dass dies falsch ist in der absicht andere zu betrügen naja richtig lügner und ich ich bin dort bei albertol als lügner bezeichnet worden warum naja weil ich einen teil einer kuh steak genannt habe was ja völlig korrekt ist umgekehrt scheint es irgendwie so als ob ein moslem lügen darf solange es ja im dienste seines gottes ist der zu schwach zu sein scheint etwas selber ausrichten zu können und anscheinend ist dieser vermeintliche gottes islam auch nicht in der lage ein verständliches vollständiges buch zu verfassen oder einfach und wenn auch besser befehle einschränkungen wünsche oder einfach die ganze botschaft in alle menschen zu implantieren anstatt in ein miserabel geschriebenes buch das ist das was ich von einem gott erwarten würde ein gott der zig milliarden sterne planeten monde asteroiden und meteore herstellt und völlig ausflippt wenn sich josef und ali lieben anschaut mal eine klare botschaft in seine lieblings kreaturen einzupflanzen lehnen 90 prozent aller menschen diesen gott ab weil es keine überzeugenden argumente gibt die für diesen gott sprechen würden und daher denkt ein hamster auf youtube er könnte die botschaft besser erklären als sein gott leider ist aber nicht nur die weltbevölkerung gegen den islam den koral und diesen gott sondern auch die fans sind extrem zerstritten untereinander und wie alle da war prediger also die den islam verkaufen wollen versagt al batul mit seinem hamster aber kläglich weil der islam eben so schnell stirbt und muslime rapide zu ex muslimen werden egal ob sunniten oder schiiten da gibt es keinen unterschied und muslime heute im zeitalter des internets fragen sich mittlerweile warum wenn es einen gott gibt wir überhaupt ein buch brauchen und und dann bücher die dieses buch erklären und menschen die dieses buch erklären und die bücher erklären die das buch erklären könnte ein gott das nicht viel besser als menschen dieses buch denkt den koran als das einzig wahre buch zu bezeichnen ist also nicht nur falsch sondern auch ziemlich albern es geht also nicht um wahrheit was er ja ständig sagt es geht so war 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 kakak nein es geht nicht um wahrheit sondern es geht um die verteidigung des buches um jeden preis egal wie und mit welchen mitteln da hat wahrheit irgendwie nichts mehr zu suchen es ist doch genauso albern dieses als das einzige vollständige buch zu bezeichnen wo gerade der koran der ist doch nur zusammengestückelt worden und ist hoffnungslos unvollständig daher müssen ja menschen die sogenannten gelehrten das buch interpretieren und auslegen was zu einem heillosen chaos führt wo wir nicht wissen welche der zahllosen versionen der verschiedenen kapitel jetzt richtig ist der sage nach wurde es ja stückchen für stückchen an einen einzigen analphabeten per engelpartie wie so geschickt ein kameltreiber in der arabischen wüste der erst karawanenführer und dann kaufmann wurde wo er schließlich zum kriegsherrn alleinherrscher und staatsmann wurde und das das buch ist unvollständig weil die ganze teile fehlen zum beispiel wird nicht erklärt warum menschen und dämonen einen gott anbeten sollen und vor allem wie es es wird von einer pilgerfahrt geredet nur nicht wie diese ausgeführt werden soll das sogenannte fasten ist ein einziger schlechter witz weil man ja so nicht fasten kann wie vorgeschrieben was völlig fehlt ist die erklärung was der stream behandelt und was die konsequenzen sind keiner erklärt wie das buch authentisch sein kann und was es bedeutet wenn ein buch verfälscht wurde also man brabbelt hier einfach so rum ohne mal eine struktur oder ein schema reinzubringen und ich naja ich könnte hier sehr lange weitermachen und alles komplett auseinandernehmen jeden jeden satz eins dann aber das ist das das sprengt dann den rahmen aber direkt am anfang dieses videos bekommen wir sofort mit was das hauptproblem mit dem islam ist die absoluten behauptungen nur damit das klar ist ja ich mag den menschen hamza nicht weil er nicht ehrlich ist weil er ein heuchler ist aber das ist seine sache ich kritisiere aber auch nicht den menschen hier sondern den koran und was da behauptet wird die ideen hamza ist nur das ausführende werkzeug deswegen macht es keinen sinn ihn persönlich zu beschimpfen auch wenn das munter schwer fällt es ist halt extrem frustrierend immer wieder denselben blödsinn zu hören der längst widerlegt wurde im koran selber steht ja sehr oft dass der koran klar erklärt einfach zu verstehen und perfekt ist obwohl das gegenteil der fall ist daher gibt es ja auch diese verzweifelten versuche durch brutale herausforderungen so zu tun uns ob da alles stimmt bring doch erstmal sowas wie dieses aber das kannst du nicht so tönt der koran seit tausend jahren machen sich araber darüber lustig und verhöhnen diese großspurigen prallereien im koran steht auch dass der koran beschützt unveränderbar und erhalten ist hier in 15 9 waren behüten 600 bewährte schrift wohl verwahrten tafeln und weitere sätze gibt es hier noch und nöcher leider steht dort auch dass dieser gott das vorher schon mal versucht hat und gescheitert ist weil die texte von juden und christen geändert wurden so wie der koran ja auch nur sind die jetzt dadurch verfälscht worden oder nur geändert oder angepasst worden tja das wissen wir nicht also wir haben aber im koran auch verschiedene versionen also al-duri al-kizr al-habs ibn amel ibn kathir kralaf kralun und einige weitere stammen von verschiedenen leuten die den koran auf ihre weise rezitiert haben und hier werde ich nicht alle namen aussprechen aber es ist doch extrem einfach mal etwas verifizieren heute im 21 jahrhundert wir brauchen ja nur die beiden bekanntesten heute in gebrauch befindlichen versionen nehmen die habs version nach asim von 1924 und die version von imam warsch da finden sich an die 5000 unterschiede die teils erheblich sind da sagen ja leute ja aber die buchstaben haben sich ja nicht so geändert und dann zeigt man denen die buchstaben die sich verändert haben ja ne vielleicht einzelne buchstaben aber nicht die wörter selber dann zeigt man denen wörter die sich verändern ja aber nicht die bedeutung die sich verändert hat dann zeigt man denen eine andere bedeutung so geht das doch immer weiter also diese mafia methode immer nur das zugeben was tatsächlich wirklich da schon belegt ist da sind wir heute und wir brauchen ja nur die beiden bekanntesten heute in gebrauch befindlichen versionen nehmen da finden sich dann diese ganzen unterschiede trotzdem gibt es apologeten die bewusst lügen und einfach behaupten dies seien lediglich unterschiede in der aussprache aber das ist doch falsch hier ist ein beispiel wo im habs koran ganz klar kämpften sagten er steht und im wahr steht getötet also kämpften katal und kutil getötet das heißt also ist da was völlig anderes ob man kämpft oder nicht getötet wird oder ob man getötet wird ohne zu kämpfen oder in der habs version sie logen und sie wurden belogen das heißt also dieses wort yakdi hibuna das ist was anderes als yukad habdi hibuna das heißt also das sind gravierende unterschiede und wenn im koran steht kutal und kutil ja hör mal das sind zwei verschiedene versionen die unterschiedliche inhalte haben und wer will kann sich ja mal die ganze liste der unterschiede ansehen die relevant sind für den inhalt selber und hier wird auch erklärt warum die behauptungen mit den sieben aruf und zehn kirat warum die unsinnig sind und warum muslim mit den unterschieden nicht erklären können der heute am meisten gebräuchliche koran ist ohne zweifel der 1918 geschriebene habs koran nach dem ahasim der erstmals 1924 in kairo gedruckt wurde der war aber immer noch nicht der einzig gültige bis dann in 1985 diese version kanonisiert also festgeschrieben wurde der koran von heute ist also gerade mal 38 jahre alt also jünger als ich nicht viel jünger aber jünger ich meine in den älteren versionen ist dann noch schlimmer im taschkent koran zum beispiel steht das gegenteil vom heutigen ob sie muslime waren oder nicht hier sieht man ganz klar den unterschied und hier sieht man das heißt sie waren keine muslime und sie wurden muslime ist aber doch ein bisschen so das gegenteil es gibt zigtausende von unterschieden nur kommen viele muslime nicht damit klar weil ja der koran etwas anders behauptet etwas absolut ist also etwas absolut anders § 1 der koran hat recht § 2 wenn er nicht recht hat tritt automatisch § 1 in kraft kennen wir und wenn der islamgott für die erhaltung in irgendwie ursprünglichen form zuständig und verantwortlich ist hat er da wohl kläglich versagt weil die eben anders sind ok ich kann jetzt hier nur an der oberfläche kratzen ich habe da ganz viele videos schon mit ganz vielen bildern und was immer gemacht aber das 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 beansprucht ein ganzes semester an sich weil die darstellung sehr komplex ist was ich dann aber naja als absolut tödlich für islam apologeten herausgestellt hat das war das interview des korangelehrten dr jahr der drei aussagen gemacht hat öffentlich im video erstens muslime werden hier ganz bewusst im dunkeln gelassen und nur wenige gelehrte diskutieren das thema und nur hinter verschlossenen türen das heißt also ein moslem wie wir haben kann das gar nicht wissen der der hat die fakten gar nicht und das zweite was er gesagt hat es gibt eine rote linie die islam gelehrte nicht überschreiten können um die ganzen geschichten um die entstehung sowie den inhalt des korans nicht zu gefährden und dritten sei es ja nicht muslimische gelehrte sind hier erheblich weiter und erkennen die varianten und versionen besser als es muslime tun so dass der koran offensichtlich löcher hat weil er ist nicht erklären kann dass es verschiedene versionen gibt wenn im koran steht dass es die nicht gibt so ist es aber leider wenn man wenn man jetzt länger als nur zehn minuten recherchiert dann trifft man doch auf naja noch viel schlimmeres für die apologeten die nur lügen und betrügen aber ständig das wort wahrheit im mund führen ich habe hier ein buch eines gelehrten der nur alte manuskripte studiert was anderes macht er nicht und dr daniel brubaker der hat von den behauptungen um die koran version gar nichts gewusst weil er sich nur mit alten manuskripten befasst als gelehrter als experte und als er davon erfuhr erstaunt weil es für ihn ganz klar unterschiedliche versionen gab und er hat daraufhin einige beispiele in diesem buch veröffentlicht und das buch gibt es auch auf deutsch und in farbe gibt also keine entschuldigung dass die leute sich das nicht mal angucken und dann haben natürlich islam gelten apologen wie der koran gelehrte hitam sidgi die waren natürlich entsetzt und haben versucht ihn zu diskreditieren nur die kommen nicht an den fakten vorbei und machen sich nur lächerlich es zeigt nur wieder einmal wie schwach der islam wirklich ist und wie hilflos die islamogeten sind wenn sie denn ehrlich sind und naja für den islamogeten der etwas tief erforscht wird es dann immer grausamer weil wir haben professor gott point von der uni saaland der war involviert in die analyse des sanaa manuskripts vor 50 jahren und hat sogar auf einzelnen seiten unterschiede entdeckt wobei sätze aus einer koran version abgewaschen wurden und durch andere ersetzt wurden das sind die sogenannten palim sätze da kommst du doch nicht dran vorbei naja vielleicht machen das genau deshalb die islamogeten nicht da mal etwas tiefer forschen und dann ich kapiere es nicht ehrlich sogar in den paar sätzen der beiden in birmingham folios sind unterschiede zum heutigen harps koran kinders was macht ihr und im laufe der jahrhunderte entstanden zahllose varianten das größte problem ist der koran selber es gibt immer wieder apologeten die einfach und blauäugig behaupten muslime hätten ja den koran auswendig gelernt und daher können wir den koran ja immer rekonstruieren leider ist das etwas kindlich weil man ja nie weiß welche version denn auswendig gelernt wurde und welche jetzt die ursprüngliche ist es gibt ja keinen protokoran den urkoran den ursprünglichen den einen der nicht verbrannt wurde von utang also gibt es auch nichts mit dem man das vergleichen kann wir haben nur kopien von kopien von kopien ohne ein original und der hinweis auf die überlieferungskette naja gut der ist ebenfalls etwas sinnfrei ich kann keine kette aufbauen die eindeutig bis muhammad zurückreicht und dann widersprüchliche versionen vorfinden da ja alle anders lautenden versionen oder aruf von utman verbrannt wurden es ist also albern so etwas zu behaupten das gilt selbstverständlich auch für die rezitation oder kirat oder wie man die man nennen will die natürlich nur bis zu den menschen zurückgehen kann die die jeweilige rezitations art erfunden haben und dann weitergegeben haben deswegen haben wir ja die verschiedenen versionen dann zu behaupten es habe keiner der unterschiede gegeben und jeder buchstabe sei wie im original das ist auch extrem unehrlich das gegenteil von wahr also kannst du dich dauernd das wort wahrheit im mund führen wow und diese probleme hören nur auf wenn sich islam apologäten nach etwas zurückhalten und die absoluten behauptungen aus dem koran dämpfen und den offensichtlichen menschlichen einfluss zulassen und sich dann auf die kernaussagen zurückziehen anstatt immer weiter blöde aussagen zu machen und dann auch noch zu spalten ich meine ihr macht euch doch alle nur unglaubwürdig und lächerlich okay guck mal ich bin jetzt gerade mal bei minute neun oder zehn oder was in einem sechs stunden video von albert und ich glaube dieses basis wissen was ich jetzt hier gebracht habe ist aber glaube ich wichtig und sinnvoll für dieses video um es zu verstehen weil ein apologät wie hamza hätte das alles in wenigen minuten zusammentragen können anstatt andere an der nase herum zu führen und dafür missbraucht er eben ständig das wort wahrheit 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 und alles was er sagt ist eben nicht wahrheit und was nervt ist dass er immer wieder irgendwas auf arabisch runter leiert sowie wie ein zauberspruch wohl um sich selber etwas mut und halt zu geben und das dann wiederholt hat man den ersten teil schon wieder vergessen da kriegt man überhaupt keinen keinen roten fachen rein der koran wurde von aber tausende von menschen auswendig gelernt auswendig gelernt ich hätte profit werden sollen gerade mal eine minute später kommt hamza und macht genau das was keinen sinn ergibt sich aufs auswendig lernen zu berufen dass dies quatsch ist habe ich ja gerade gezeigt da keiner weiß welche version auswendig gelernt wurde und welche die richtige ist er sagt immer wieder die leute würden sich nicht auskämmen und hätten kein wissen dabei ist er doch der ahnungslose der fehlgeleitete der ständig etwas mit dem herzen verlangt das doch nur ein muskel ist der blut pumpt ich denke mit dem gehören nicht mit dem herzen warum fragt er nicht erstmal nach bevor er etwas behauptet das steht doch im koran dass er das tun solle macht er aber nicht und sie können jeden buchstaben von dem koran erkennen wenn du daran was änderst na das ist mal eine interessante behauptung und wir haben mal die probe aufs exempel gemacht und haben von einem experten bei uns in der jinn und tonnischer sätze erfunden und die dann anrufern vorgespielt auf alt arabisch und das waren arabisch sprechende muslime konnten die das unterscheiden nein es gibt ganze seiten wie suralaiket.com die endlos viele beispiele haben oder sura corona die aus dem koran kommen könnte weshalb die autorin ja ins gefängnis gesteckt wurde oder der teufel der sogar muhammad getäuscht hat und ihm sätze gesagt hat die er als göttlich akzeptiert hat seit tausend jahren machen sich araber wie al jazi darüber lustig und verhöhnen damals schon den koran aber naja hier wird es jetzt schon fast komisch und wir werden wahrlich ihr hüter sein Allah sagt wir werden wahrlich ihr hüter sein wie ich hüter warum warum sollte ein göttlicher text behütet werden müssen behütet wenn doch tausende versionen gedruckt werden die fehlerhaft sind und dann mühsam wieder eingesammelt werden müssen was ist denn daran behütet das kann doch jeder vorher mal prüfen ob die aussagen stimmen nein die behauptung im koran ist falsch einfachstes beispiel zwei stück davon gleich doppelt in 1999 und dann in 2021 wurden korane mit falschem Inhalt gedruckt und verteilt keiner hat da etwas behütet keiner hat da etwas überwacht oder aufgepasst ups warum weiß Hamza das nicht das kriegt man doch sofort mit wenn man dieses thema recherchiert auch wenn man es nur oberflächlich recherchiert wer ist denn jetzt derjenige ohne wissen er sollte mal weniger sprechen und mehr zuhören Hamza hat auch kein wissen über koranversionen die aus 120 oder 110 oder was ich wie vielen kapiteln stammen im koran steht nichts davon dass musik oder alkohol verboten sind ebenso wie die verschleuerung von frauen nur auf kommandos von menschen beruhen das steinigen von sogenannten sündern wird im koran auch in keinster weise erwähnt genau wie die anderen sachen die ich eben aufgezählt habe das fehlt alles und muss von menschen nachgeschoben werden wie so ein patch von einem schlechten programmierer das heißt wir finden erhebliche diskrepanzen wenn wir die behauptungen im koran mit der realität vergleichen und mein anspruch an einen gott tut mir leid also der wäre erheblich höher als es die islam apologeten anscheinend haben und jetzt zu sagen dass es doch aufgefallen ist letztendlich das bedeutet doch nur einen intellektuellen Bankrott dass sie einen gleichen Vers bringen wie er herabgesandt hat werden sie das nicht schaffen selbst wenn die eine Gruppe die andere unterstützt wird oh weh ich hatte es ja schon fast befürchtet die Suralaikit tausendmal belächelt tausendmal erfüllt tausendmal abgelehnt es ist die reine Verzweiflung die Autoren des Korans dazu gebracht hatten so eine Herausforderung in das Buch zu packen in fünf verschiedene Versionen übrigens ohne Kriterien, ohne Regeln, ohne Vorgaben, ohne Angaben nur dumm, dreiste Anmache warum nur? im Video wird es jetzt rein emotional wie es ja bei Schieten anscheinend üblich ist nur weinen, dass Ali nicht der Chef war was soll das? es geht um einen Gott nicht um Menschen bleibt doch bei dem, was ihr gemeinsam habt anstatt euch darüber umzubringen wer als Mensch wem gefolgt ist das ist der Irrsinn in meinen Augen und haben versucht verzweifelter Hinweisen nicht nur, dass ein Gott existiert sondern, und das scheint für ihn fast noch wichtiger zu sein ob Ali oder Abu Bakr Chef waren hat einer von beiden tatsächlich existiert oder waren es nur erdachte Figuren? es gibt doch keine Belege dass sie historische Personen waren also existiert haben ebenso wenig wie Mohammed, ihr Gott oder Moses, Jesus es gibt keine Belege dafür und das hier, also das ist für mich also in meinen Augen zumindest interessant weil es ist die Erkenntnis dass jetzt ein völlig neuer Koran rausgekommen ist der die christlichen Ursprünge akzeptiert als Unitarier was ja offensichtlich ist wenn man die historische Entwicklungen betrachtet die Dumismatik, die Inschriften, die Koranfragmente da werden dann die Ausführungen von einem Hamza wirklich nichtig und klein der sich aufhält mit Kleinigkeiten wie eine Schraube ob die Kreuzschnitz oder Torx ist er kriegt aber nicht mit ob er an einer Tampflokomotive schraubt oder einem Space Shuttle er sollte sich lieber ums Wesentliche und das große Ganze kümmern anstatt sich nur in Details zu verlieren und guck mal ich war ja da ich habe ja wirklich versucht verschiedene Ansätze ich war geduldig ich war freundlich ich habe versucht ihm das Denken nahe zu bringen ich habe nett eingelenkt dann habe ich mal wieder provoziert dann habe ich Belege gebracht alles vergeblich egal was ich gemacht habe einfach nur weil ich nett war hat er das ausgenutzt aber er bleibt dieser Hamza er bleibt stur auf seinen Märchensitzen und ist nicht bereit auch nur einen Millimeter von seinen voreingenommenen Ideen mal abzuweichen trotzdem wird von mir Respekt verlangt warum wofür ich darf ungestraft beleidigt und beschimpft werden aber wehe ich lege Fakten vor mit Belegen die etwas anderes zeigen als das was hier die tapferen Kämpfer von Albert Hull propagieren und vor jeder Debatte sollte dann weglaufen und sich drücken naja gut und das ist in meinen Augen auch leider ein K.O. Kriterium diese Unfähigkeit eine andere Perspektive einzunehmen oder einnehmen zu können auch wenn sie letztendlich nicht in der Lage sind sie zu akzeptieren aber es wenigstens gedanklich schaffen sich damit mal auseinander zu setzen das sollte doch eigentlich möglich sein aber es geht nicht sie schaffen es einfach nicht vor allem Hamza redet sich selbst etwas ein was nicht mit der Realität übereinstimmt und macht dann dieses sein Wunschdenken zur Basis was realitätsfremd ist und zu einer Realitätsverweigerung führt das geistig nicht gerade gesund aber das will ja dieser habe ich ja schon oft gesagt dieser Islam-Virus weil es will der erreichen so wird er am effektivsten weitergegeben und kann sich ausbreiten weil Logik, Rationales und Kritisches Denken für diesen Virus absolut tödlich wären weshalb diese ja sofort ausgeschaltet wären und im Video zeigt sich wie schwach und zerstritten der Islam wirklich ist es ist also schon traurig dazu zu gucken weil der Koran so schlecht geschrieben ist und beliebig interpretiert werden kann bilden sie Gruppen sowie wie Sekten die sich innerhalb des Gesamtkultes Islam herauskristallisieren und jede mit einer eigenen Interpretation des Korans mit einem eigenen Verständnis daher gibt es ja auch nicht den Islam oder den Muslim und nach anderthalb Stunden habe ich dann nervt aufgegeben ehrlich es geht hinterher nur noch um persönliche Emotionen und gegenseitige Beschuldigungen das ist kindesalbern unseriös das ist so wie auf dem Schulhof in der Pause und mittlerweile ist ja ein weiteres Video veröffentlicht worden mit dem fast identischen Inhalt nur dass er fast anderthalb Stunden rumlabert und einfach unbelegte Behauptungen aufstellt und sich ständig auf irgendwelche Gelehrten auf Menschen beruft haben die denn einen direkten Draht zu dem oder den Verfassern des Korans ich glaube wohl kaum ok damit lasse ich es jetzt sein weil ich glaube das Wesentliche gesagt ist bringt nichts da ist nichts dabei was irgendwie überzeugend wäre oder wo es sich irgendwie lohnen würde da mal länger zuzuhören nein der Koran selber kann nicht wissenschaftlich auf Authentizität ich weiß nicht auf Authentizität oder Authentizität weiß ich nicht wie es da richtig ist überprüft werden und ja es gibt zahllose Versionen von denen keine auch nur entfernt komplett ist und das enthält was ein Mensch benötigen würde um ein Moslem zu sein einer der sich dem Gott des Islam nach dessen Vorstellungen unterwirft soweit meine Meinung zu dem Video das mich doch sehr enttäuscht hat das muss ich leider so sagen wie immer sind Vorschläge Korrekturen und Kommentare gern gesehen bis zum nächsten Video Ciao von au bis zum nächsten Video